guten abend und herzlich willkommen hier zu unserer gesprächsrunde im rahmen des high a festivals für forschung und kunst in bayern live aus dem streaming dome des deutschen museums heute machen wir den auftakt für insgesamt vier veranstaltungen wo wir im verlauf des nächsten monats herausfinden wollen gemeinsam wo wir bei der entwicklung von neuen technologien eigentlich stehen welche chancen sie uns eröffnen welche fragen sie vielleicht auch aufwerfen was wir aus der geschichte dazu lernen können und wie kultur kunst und popkultur auf diese technologien schauen heute da wollen wir diskutieren ob künstliche intelligenz bzw das was wir künstliche intelligenz nennen ob das eine revolution darstellt oder vielleicht nur ein allzu großer hype ist ich stelle mir kurz vor mein name ist wolfgang kerler ich bin chefredakteur von 1 in 9 wir sind eine plattform die sich in einem online magazin der community plattform und mit ganz bei ganz vielen verschiedenen events mit neuen technologien und der zukunft beschäftigt und wir dürfen gemeinsam mit dem deutschmuseum diese veranstaltungsreihe durchziehen außerdem freue ich mich sehr dass ich heute drei großartige gäste hier im studio begrüßen darf im streaming dome ich stelle sie euch vor herzlich willkommen zu meiner rechten dr julia schneider julia ist promovierte volkswirtin und datenspezialistin und inzwischen vor allem tätig als comic essayistin das heißt sie beschäftigt sich künstlerisch mit sehr sperrigen themen damit wir alle dazu niederschwellig und durchaus auch subjektiv einen zugang bekommen können ihr erster comic hieß ki wir müssen reden hier den gibt es auch gedruckt und hat sehr viel beachtung bekommen und das auch zu recht denn er hat künstliche intelligenz so erklärt dass wirklich alle sie verstehen können auf der website we need to talk punkt a i da kann man sich den comic auch gratis herunterladen und ganz egal teilen julia schön dass du da bist vielen dank für die einladung wolfgang ich freue mich dann zu meiner linken ebenfalls hier ist dr rudolf sei singen er gehört zu unserem gastgeber dem deutschen museum rudolf oder rudy ist technik und wissenschaftshistoriker und leitet hier ein forschungsprojekt mit einem sehr spannenden namen es heißt nämlich iggi ingenieurgeist und geistesingenieure eine geschichte der künstlichen intelligenz in der bundesrepublik deutschland daran merkt man wenn sich ein historiker mit ki beschäftigt das erscheint manchmal wie das neueste heiße ding aber es beschäftigt die wissenschaft schon seit jahrzehnten auch rudolf hat ein buch darüber geschrieben ein sehr schönes das heißt es denkt nicht die vergessene geschichten der ki schön dass du da bist gerne und die runde vervollständigt lukas spreiter der nicht nur viele schlaue sachen über ki zu sagen hat sondern ganz handfest mit ki arbeitet und weiß wie man ki programmiert und trainiert nach seinem studium an der technischen universität münchen hat er sein eigenes start-up gegründet an etic eine agentur für künstliche für nachhaltige künstliche intelligenz ganz wichtig außerdem leitet er beim bundesverband künstliche intelligenz der die arbeit in bayern und beschäftigt sich da insbesondere mit der frage wie ki und klimaschutz eigentlich zusammenpassen hi lukas so wir gehen gleich mitten rein in die debatte um ki und ich würde gerne von euch wissen welche software welches system welches gerät das heute als künstliche intelligenz bezeichnet werden würde den größten einfluss auf euren alltag jetzt schon hat also da ich kein smartphone habe habe ich mir überlegt kann das nur google maps sein also wenn ich einen weg brauche dann gucke ich im rechner bei google maps nach und also ich glaube das beeinflusst mein leben am meisten kein smartphone kein smartphone was bei euch ich benutze auch tatsächlich neben navi tatsächlich viel simultanübersetzung also zum teil hatten wir auch jetzt bei unseren comic projekten konversation mit slowenischen künstlerinnen und künstlern und das kann man dann schon ganz gut in google translate eingeben und die übersetzen ist auf slowenisch und man schickt das hin und die verstehen das finde ich persönlich faszinierend ich glaube generell gesprochen einfach die google suche die ich also als die größte künstliche intelligenz bezeichnen würde weil sie einfach extrem viele daten verknüpft und ja ich meine das entscheidet am schluss auf welche webseite man klickt und das ist der größte rekommender und in dem sind vielleicht auch die netflix vorschläge was man als nächstes gucken sollte die dann auch noch so im alltag zu beeinflussen wir haben also alle mehrfach am tag ganz oft am tag mit kai zu tun sie ist also schon ziemlich alltäglich und das merkt man auch in umfragen die werden nämlich immer wieder gemacht um die stimmung in der bevölkerung über kai zu erfassen und man kann schon sagen über die letzten jahre dass die technologie einerseits immer bekannter wird und auch ein stück weit beliebter oder zumindest weniger unbeliebt im vergangenen jahr da gab es gleich mehrere erhebungen in denen eine klare mehrheit gesagt hat und das war vor ein paar jahren noch anders dass die kai eher als chance und gute sache sieht mal waren es 68 prozent mal nur 53 aber eine mehrheit und nur noch so ein drittel der menschen hat angst vor künstlichen intelligenz und nun ist ein drittel der menschen trotzdem noch relativ viel und mich würde als erstes interessieren woher diese angst denn eigentlich kommt julia dein comic da heißt ziemlich am anfang man müsste kai entmystifizieren welche mythen verbinden wir denn mit kai die entkräftet werden müssen und wie hängen die vielleicht auch mit diesen ängsten zusammen die manche menschen davon haben du hattest das ganz schön in der in dem auftakt text schon von der veranstaltung da ist wird schon der terminator glaube ich genannt und es gibt es tatsächlich auch als ein bild in dem comic also diese angst dass kai sich unserer kontrolle entzieht und im endeffekt uns irgendwie vielleicht unterjochen möchte oder versklaven möchte und das ist eine mythos der zum jetzigen zeitpunkt zumindest falsch ist und meiner meinung nach bräuchten wir dafür eine kai die wirklich ein bewusstsein hat und ziele verfolgt und dazu müsste die meiner meinung nach mit einer endlichkeit versehen sein also biologisch gekoppelt und eine todesangst zum beispiel kennen oder ein überlebenswunsch und solange wir da nicht sind ist das science fiction und solange es ist so wie ein flugzeugbauer eben keinen künstlichen vogel baut sondern ein flugzeug eine maschine die fliegen kann bauen wir gerade maschinen die und die aufgaben erledigen die uns intelligent vorkommen und die aber im endeffekt noch nicht wirklich intelligent sind im weitesten sinne wie wir intelligenz verstehen oder noch nicht denken so wie es in deinem deinem buchtitel heißt du erforscht die geschichte der künstlichen intelligenz besser gesagt die geschichte vielleicht auch der erforschung der künstlichen intelligenz welchen beitrag hat denn vielleicht auch die wissenschaft oder auch unternehmen die kai entwickelt haben in den letzten jahrzehnten dazu geleistet dass es offenbar diese vielleicht auch überzogenen vorstellungen davon gibt was kai ist was kai sein kann bis hin zum terminator der uns alle auslöscht also einmal wie du schon sagt ist dass man wahrscheinlich auch getriggert durch die science fiction immer schon diesen sprung in die science fiction macht also wenn man kai hört denkt man nicht an das was es gibt sondern man denkt an das was in romanen oder filmen als kai genannt oder gezeigt wird und dass diese dinger denken setzt man dann immer schon mit voraus das ist eine große gefahr da gebe ich dir recht das ist eigentlich eine große gefahr die ja auch nicht wegzubekommen ist ein anderer punkt den ich noch nennen wollte an der stelle ist dass was viel gesagt wird in der wissenschaft oder auch in von unternehmen das kai dazu beitragen kann den klimawandel zu stoppen oder was dagegen setzen kann das ist einfach nicht der fall also ich kenne keine untersuchung wo das gesagt wo das untermauert werden kann das gegenteil ist eigentlich immer er war weil kai sehr viel rechen power und sehr viele daten braucht und das kostet wahnsinnig viel energie könnte man jetzt zahlen nennen kann jeder sich selber auch im internet raus so im internet aber bitte nur einmal also man müsste auch da ehrlich sein und sagen das kostet einfach unheimlich viel energie und es ist nicht so dass es dazu beiträgt den klimawandel zu stoppen also du sagst hat das so ein bisschen die die möglichkeiten vielleicht manchmal zu groß dargestellt werden und die 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 nachteile davon eher nicht ja würde ich mal also kann man vielleicht nicht generell sagen aber in vielen bei vielen aspekten ist es so jetzt hast du genau ein thema erwischt lukas herzen thema lukas ist dann natürlich anderer meinung willst du kurz was zum thema klima und kai sagen bevor wir dann in unserer normalen agenda weitermachen also wo ich halt zustimme ist dass man dass die erwartungen glaube ich einfach so ist und dann können sich irgendwie die leute denken es kommt irgendwie so eine super technologie und von heute auf morgen ist das problem klimawandel gelöst das ist natürlich nicht ki kann halt einen beitrag dazu leisten sachen effizienter zu gestalten da gibt es natürlich einige paper dazu aber die annahme oder die argumentation der community würde ich sagen ist man hat so eine bill die man erst mal bezahlen muss eine rechnung an der rechenleistung und nachher durch die effizienzgewinne kann man eben dann wieder energie einsparen also vielleicht ist einfach an dem beispiel zu verstehen wenn ich jetzt kai trainier ein gebäude effizienter zu machen dann muss ich natürlich erst mal die kai trainieren das kostet energie aber nachher wenn ich die kai benutze dann spart sie sozusagen im gebäude energie ein und der beitrag ist jetzt nicht so unendlich groß man kann jetzt nicht irgendwie die hälfte energie der welt einsparen aber so die schätzungen sind so irgendwie bei fünf prozent was kai an co2 einsparen kann das war natürlich auch nur random gäste wir haben ja richtig schön talkshow modus gleich mal eine sidetrack genommen aber es macht gar nichts aber vielleicht kommen wir noch mal zurück weil du gesagt dass die erwartungen sind manchmal zu hoch es ist ja nicht so dass unternehmen nicht einen großen beitrag möglicherweise dazu leisten dass diese erwartungen so sind im silicon valley wird regelmäßig auch von milliardären oder bei tech konzernen angestellten forscherinnen und forschern über die superintelligenz debattiert also die kai die tatsächlich unsere intelligenz unsere menschliche intelligenz übertrifft jetzt weiß ich dass du und der kai bundesverband mit dem wort superintelligenz eher sparsam umgehen was sagst du der auch ein unternehmen hat das mit kai geld verdienen muss was wäre denn da der königsweg bei der kommunikation ja schwierig also natürlich waren die in diesem extremen ausmaß davor oder in diesen ton weil es einfach mehr aufmerksamkeit generiert natürlich will auch solche unternehmer wollen mehr aufmerksamkeit und sowas liest sich dann auch in den medien natürlich viel besser wenn ich sage okay ist eine terminator ähnliche superintelligenz bei der wir vor dir dann waren aber ich denke die debatte muss man schon führen vor allem in richtung ethik wie wollen wir künstliche intelligenz gestalten und auch in zukunft führen damit sie der menschheit nicht schadet weil also der trend geht schon wirklich dahin meiner meinung nach auch dass zumindest in einem gewissen grad die künstliche intelligenz menschen überlegen sein wird ist ja auch jetzt teilweise schon ich meine wer kann einen text in 300 sprachen übersetzen zum beispiel also in bestimmten aspekten aber was gerade die entwicklung ist ich meine früher hatten wir halt narrow als also sehr kai die sehr begrenzt war auf einzelne task eben sprachen übersetzen oder die blue hat schach gelernt konnten schach weltmeister schlagen war dann den mensch überlegen dann ja go wurde der weltmeister geschlagen immer solche dinge jetzt hatten wir ja mit die default von die meint auch eine ki die zum ersten mal das protein folgen problem gelöst hat und was wir jetzt aber sehen sind neue kis die nicht nur einen speziellen task lösen können sondern halt eine ganze bandbreite also gpt3 zum beispiel eines der ersten die sich halt so sich mit sprache beschäftigt haben die konnte dann übersetzen texte generieren solche dinge machen auch coden und jetzt mit wo dao 2 zum beispiel haben wir eine ki die nicht nur sprache sondern auch bilder gleichzeitig behandeln kann die bilder interpretieren kann die sprache interpretieren kann die viele tasks auf einmal kann sprich was wir also wo der trend definitiv hingeht und da muss man eben auch so ein bisschen die gefahr sehen ist dass wir eine ki bekommen werden die in sehr vielen dingen gleichzeitig gut ist und nicht mehr nur in einer und dann ist natürlich die frage ja wo führt uns das dann als menschheit auch hin wenn es etwas gibt das in vielen dingen und nicht nur in einer sache uns überlegen ist du hast jetzt schon ein paar kis benannt gpt3 und so die blue was ist denn überhaupt das was heute als ki durchgeht also was ist es ist es eine maschine ist das programm code zeilen und was macht eine ki aus im vergleich zu einem normalen zu einer normalen software ja ich glaube der unterschied also wenn wir heute von ki sprechen dann meinen wir meistens eben machine learning oder einem speziellen deep learning was jetzt so diese systeme die ich gerade angesprochen habe sind und der unterschied ist bei einer normalen software haben wir eben feste vorgaben also wir haben input und den output und der mensch schreibt die regeln wie der input auf den output also wenn dann übertragen ist genau also multipliziere die zahlen mit zwei wenn ich eins reingebe dann kommt hinten eine zwei raus bei einer ki oder bei machine learning ist es so dass man den input und den output hat und die regeln wie der zu übertragen ist lernt die maschine selber deswegen redet man ja von maschine im lernen wie kann man sich das jetzt vorstellen also viele kennen vielleicht auch so eq tests gibt es mal so zahlen rein die man vervollständigen muss so steht dann da 1 2 2 4 3 6 und dann steht da sechs was ist fragezeichen ja dann als mensch denkt man nach so okay irgendwie ist es immer multiplikation mit zwei dann wird es wahrscheinlich zwölf sein aber muss man muss sich Gedanken machen was ist das muster dahinter genau man muss eben das muster dahinter erkennen und das ist das was eigentlich eine künstliche intelligenz macht die lernt eigentlich muster gewisse pattern in aus daten und kann dann daraus eben generalisieren und wie funktioniert das wiederum ja das ist eigentlich nur ein haufen mathematik arithmetik wo man halt kleine faktoren hat kleine multiplikationen die gewichtet sind und sehr sehr viele davon hat dann ja milliarden an parameter in großen modellen aber jeder dieser parameter wird halt in so einem training immer so ein kleines stück verschoben bis dann bis man dann sagt okay die daten ich habe der algorithmus die ich habe der bildet sozusagen die relation gut genug ab und dann kann am ende weil es in sprache muster gibt es gibt im bildern muster es gibt im videosignalen muster und das kann dann eine ki die durch maschinelles lernen erstellt wurde sozusagen erkennen genau das ist also heute kai aber der begriff stammt aus einer zeit da hat man sich unter künstliche intelligenz ja noch was ganz anderes vorgestellt vielleicht kannst du uns dann noch mal sagen was hat man denn am anfang eigentlich gemeint wenn man von künstlicher intelligenz und denken denn maschinen gesprochen hat also es ist ja so dass je nachdem in welcher zeit man ist das ki hat man immer das genannt was mit computern hergestellt wurde was man noch nicht so gut verstanden hat was neu war das war sagen wir mal in den 50er jahren bei thuring und später bei mccasi und anderen leuten waren das also programme also geschriebene programme die probleme gelöst haben zum beispiel schachspielende programme wobei das nicht so ist dass das programm da das ganze schachspiel spielen konnte damals sondern es waren dann so aufgaben kunstschach so matt in drei zügen oder so das konnte man machen das war schon schwierig genug dann was dann dazu kommt sind eigentlich programme die sprachverarbeitung gemacht haben die bildverarbeitung gemacht haben aber alles auf einem level der viel viel kleiner ist als das was wir heute kennen es war also das was lukas ja schon gesagt hat es hat nichts mit dem zu tun was wir heute kai nennen das waren einfach anwendung der informatik als man dahinter gekommen ist dass rechner nicht nur zahlen rechnen können sondern dass man auch mit symbolen arbeiten kann das war also symbolverarbeitung dafür ist die ki berühmt geworden der begriff kommt von mccasi 1956 das war eine dart mouse summer school da haben sich die leute zusammengesetzt und haben sich das mal überlegt was man da machen könnte symbolverarbeitung mccasi meinte man kann das artificial intelligence nennen hat sich damit durchgesetzt nachdem er ein jahr zuvor noch ein buch mit shannon zusammen gemacht hat das hieß automata studies da hat shannon noch gesagt intelligenz will er da nicht drin haben im titel das hat mccasi dann geärgert in dem buch gab es übrigens einen einzigen aufsatz wo intelligenz vorkam das war von ashby und ashby war psychiater hat einen artikel geschrieben da hieß es intelligence amplifier also verstärkung von intelligenz was er eigentlich im sinn hatte war dass es eine maschine gibt die intelligenz des menschen verstärkt so sagt er auch so wie andere maschinen die muskelkraft von menschen verstärken das heißt es ging nicht darum dass die maschinen intelligent sind sondern dass sie das nur verstärken was der mensch tut ja und dann kommt noch die zweite entwicklungslinie dazu das sind die neuronalen netze die hat lukas ja auch schon erwähnt das ist aber eigentlich eine ganz andere richtung wenn man das heute mathematisch sieht dann ist das sowas wie statistische verfahren da gibt es dann auch noch andere statistische verfahren die jetzt heute sagen wir mal seit den 80er jahren zu einer völlig neuen künstlichen intelligenz führen das heißt künstliche intelligenz war immer was anderes so im laufe der jahrzehnte nicht immer aber es gibt so man kann phasen einteilen ja und immer das neue so bei robotern heißt es manchmal auch roboter sind die maschinen die eben noch nicht da sind sondern irgendwann ein paar jahren wenn es dann da ist dann ist kein roboter mehr wir haben am anfang ja auch schon darüber gesprochen wie kann ihren alltag beeinflusst wo der begriff herkommt was das wofür sie überall eingesetzt wird du forschst weder daran noch schreibst du kai du hast dich als künstlerin damit beschäftigt und so als autorin also mit so einer gewissen kritischen distanz einer unbeteiligten sei es jetzt mal und dabei ist ein comic herausgekommen der künstliche intelligenz weder irgendwie als teufelszeug abstempelt noch glorifiziert als als den großen heilsbringer damit alle mal einen eindruck davon bekommen wie wie das so im inneren aussieht zeigen wir mal hier zwei zwei bilder aus seinem comic ich habe sie aussucht weil es mit katzen zu tun hat und es erklärt auch genau das tatsächlich was was lukas gerade beschrieben hat vielleicht kannst du kurz was zu den zu den beiden bildern sagen was was man da so sieht genau wobei ich jetzt noch mal sagen muss das ist ein gemeinschaftswerk also ich bin eigentlich ich komme aus einer ich war beraterin für künstliche intelligenz da habt ihr die idee zu dem comic kann aber wirklich nicht gut zeichnen und habe mich dann mit einer künstlerin zusammengetan und die verdient die kompletten credits für das artwork also zum beispiel hat sie auch diese idee gehabt maschinelles lernen einfach mit wie wir auf der linken seite sehen mit einer katze darzustellen und der computer fragt sozusagen immer ist es eine katze und dann sagen die trainings daten sozusagen ja und dann fragte es eine katze und und so kann es dargestellt werden was lukas von schon technischer erklärt hat also eigentlich so wie wir selber lernen wie kinder lernen also kinder fragen kriegen ganz oft gesagt schon mal dass es eine katze das ist eine katze ist eine katze die lernen schneller als künstliche intelligenz und auch sehr viel ressourcenschonender aber es ist sehr ähnlich und als man da drauf gekommen ist als man in diese phase der künstlichen intelligenz eingestiegen ist wie rudy schon erzählt hat da ging es los und darüber reden wir und das ist das warum alle gerade so warum dieser hype entstanden ist wegen dem maschinellen lernen das ist also eine künstliche intelligenz inzwischen wenn sie sieht vier beine spitze ohren und irgendwie ein bisschen flauschig dass sie sagen kann das ist eine katze sehr gut ja ja eben oder auch kein muffin es gibt diese bilder von diesen hunden und den muffins und so weiter genau nee super vielen dank jetzt haben wir wollte ich aber quasi mal so das größere ganze du hast dich da intensiv damit beschäftigt du stellst da die chancen aber auch die risiken was würdest du denn sagen wo kann denn kri aus seiner sicht am ehesten einen positiven beitrag leisten und wo könnte sie vielleicht auch schaden anrichten ja also ich hatte vorher darüber nachgedacht und da ist mir erst das langweilige eingefallen was aber total obviers ist zum beispiel kann ich mich nicht kann ich mich nicht gut orientieren in städten und für mich ist es wirklich gold wert google maps zu haben ja also wirklich das ist toll vor allem wenn man da noch ein bisschen social awkward niemanden fragen möchte was man natürlich auch machen könnte und dann lieber auf sein handy start fallen ja also es hilft uns probleme zu lösen und auch zum beispiel im bereich gesundheit finde ich das toll also finde ich das wirklich super wenn wenn wir das schaffen würden KI so zu tun gibt ja es hakt noch aber sagen wir das wir könnten das so dass schnell krebs erkannt wird und schnell eine also ganz frühen tumor operiert werden könnte super ja also finde ich toll oder eine spezielle bilderkennung wir hatten es ja kann also also man könnte im moment zu KI also algorithmische bilderkennung oder strukturenerkennung auch sagen und das finde ich super oder wir haben ja auch oft probleme bei nebenwirkungen die nur für männer getestet sind wenn wir da prolongieren könnten super ja also das finde ich alles sinnvoll und nützlich ich möchte aber noch mal darüber hinausgehen das festival heißt ja auch kunst und forschung und ich glaube auch dass dieser bereich kunst insofern interessant ist weil kunst uns immer auch spiegelt wer wir gerade sind und in was für einer gesellschaftlichen entwicklung wir gerade stehen und ich denke dass KI uns auch und die beschäftigung die künstlerische beschäftigung und die technische beschäftigung mit KI uns auch die frage stellt wer sind wir also in dieser ganzen debatte zu künstlicher intelligenz wurde auch ganz oft die frage gestellt ja was ist denn überhaupt intelligenz und was macht uns ja genau aber das aber darüber hinaus so was macht uns denn menschlich was ersetzt uns denn was ist denn eine allgemeine KI die das könnte was wir können was können wir denn überhaupt was also wer sind wir als menschen und das ist tatsächlich eine frage die ich auch sehr bereichernd finde und wo ist der potenzielle schaden naja wir hatten schon gesagt also wir haben wir haben auch viele also ich bewege mich da an so einer zwischenlinie also wir haben auch tatsächlich eine meiner großen sorgen ist tatsächlich das nachhaltigkeitsthema wer als wir den comic veröffentlicht haben vor zwei jahren war das noch nicht so in aller mund inzwischen glaube ich haben es relativ viele leute verstanden dass unsere gehirne sehr viele ressourcenschonender wege suchen als unsere iphones und ein anderes thema was ich auch problematisch finde ist die niedrige diversifik also es sind sehr homogene entwickler teams die im moment ki entwickeln das heißt viele perspektiven fließen da nicht ein und es ist genauso bescheuert wie wenn man halt nur männer brustmilchpumpen entwickeln lässt das wurde tatsächlich immer so gemacht inzwischen setzen sie auch frauen dann und die ergebnisse sind wie ein wunders besser als früher und also eine diversität in entwickler teams ist noch wichtig ist oft ein problem und dann hatten wir es auch schon die trainings daten die trainings daten sind immer so gut oder so schlecht wie die wie das was wir sammeln können das heißt wenn wir wenn wir diskriminierende trainings daten haben unvollständige trainings daten dann vergrößern wir nur den blinden fleck den wir sowieso haben als menschen und geben den weiter an die ki und darauf kommt aber eine zahlengläubigkeit die ich immer wieder feststelle auch bei mir dass wenn die maschine sagt doch das ist die richtige kandidatin das ist die richtige lösung das ist der richtige weg oder ist eine sackgasse aber kann ja nicht sein google hat ja gesagt ich soll dadurch fahren also manche probleme macht es uns auch neu sozusagen wenn wir wenn wir ki nutzen und ja mal kurz zu den daten was du vorhin erklärt dass quasi maschinelles lernen also zwar kann sich die software dann selber lernen die muster zu erkennen braucht dazu aber sehr viele daten die dann auch entsprechend label sind also hier fotos mit katzen wo auch dabei steht dass es katzen sind und wenn diese daten fehlerhaft sind dann lernt auch die ki was falsch ist aber spuckt natürlich trotzdem ergebnisse aus ja oder sie lernt was richtiges zum beispiel du schaust dir die coca cola einstellraten ein oder mitnehmen halt irgendein großes unternehmen und wen wunders nur männer wurden da eingestellt super also müssen männer ja irgendwie besser sein das liegt halt vielleicht ein bisschen da dann das heißt wenn in der ki bewerbungen durch quasi sortiert und aussortiert und merkt ob wir haben viele männer das muss ein gutes kriterium sein dann wähle ich lieber auch mal viele männer aus zum beispiel jetzt so ein bisschen die problematik dass man erwartet dass die ki automatisch besser ist als der mensch aber die ki wird halt mit daten trainiert die der mensch erzeugt hat die der ki ja nicht selber erzeugten daten deswegen kann sie auch nicht besser sein als das was der mensch vorher gemacht hat und dann passieren eben genau solche dinge ich glaube ich weiß nicht bei welcher firma es war aber die hatten eben eine ki wirklich danniert bewerber auszusortieren oder bewerber vorsortierung zu machen und natürlich kam dann genau das raus weil die ki hat ja aus den strukturen der alten bewerbung gelesen die haben halt mehr männer eingestellt und dann natürlich auch mehr weiße männer und nicht so divers natürlich hat die ki dann exakt das gleiche ausgewählt jemand als sich ist der gedanke ja ganz nett man sagt man lasst keinen menschen entscheiden der möglicherweise vorurteile hat sondern eine software die ja eigentlich per se man sollte es meinen vorurteils frei ist also software kann auch keine vorurteile haben aber sie kann eben mit entsprechenden daten trainiert sein kann ich noch mal kurz was dazu sagen es kann ja auch sein dass ein vorurteil ganz gut ist also wir können uns ja auch mal darüber unterhalten was heißt das denn eigentlich eigentlich wenn etwas intelligent ist und dann erst den schritt machen was künstliche intelligenz ist denn eigentlich wenn das maß der mensch ist weil der mensch das intelligente wesen ist wieso ist es dann so dass wir die maschinen die eigentlich nur algorithmen abarbeiten intelligent nennen denn das ist ja eigentlich nicht das was wir tun woher das kommt historisch ist klar dass das kommt von der thuring maschine thuring hat so eine maschine sich ausgedacht also nicht gebaut sondern nur abstrakt als als objekt sich überlegt die algorithmen abarbeitet und hat gesagt das nenne ich denken und hat dann auch noch gesagt in 50 jahren wird jeder so wird jeder sagen dass es denken hat also gehofft dass dieses maschinelle abarbeiten von algorithmen dass das auch später mal von menschen als denken bezeichnet wird das ist bisher nicht eingetreten vielleicht wird es auch nie eintreten aber er hat er ist davon ausgegangen dass man sich überein dass man übereinkommen wird dass das denken ist und der aufsatz hieß eben auch computing machinery und intelligence also die frage wäre wirklich ist künstliche intelligenz überhaupt vergleichbar mit dem was natürliche intelligenz ist oder sind das völlig verschiedene sachen dann könnte man aber auch zu dem schluss kommen dass vielleicht die künstliche intelligenz bei manchen dingen die intelligentere ist und die menschliche bei anderen für manche probleme ist das ja auch so dass die schneller ist besser ist schneller entscheiden kann also es gibt vor und nachteile das ist glaube ich klar ja vielleicht ist auch noch mal interessant auf diesen englischen oder dieses englische intelligence dass es nicht unbedingt dasselbe ist wie wir im deutschen genau die central intelligence agency ist vielleicht gar nicht so intelligent sie sammelt halt daten ja haben eine kurze schnell fragerunde ich stelle euch fragen und die antwortet nur mit ja oder nein ohne erklärungen ihr müsst euch jetzt nicht rechtfertigen für diese antworten ich bin sehr gespannt die reihenfolge würde ich sagen wir fangen immer bei lucas an dann julia dann habe ich aber einen schlechten job hier nee du kannst dich dann kannst du dann überlegen auf welche seite du dich schlägst erste frage sollten wir vor künstlicher intelligenz angst haben nein nein ja wird künstliche intelligenz millionen von jobs vernichten auf gar keinen fall nein weltweit ja ja das zählt nicht muss sich festlegen dann glaube ich eher ja werden wir ohne künstliche intelligenz die großen herausforderungen unserer zeit insbesondere den klimawandel in den griff kriegen ohne künstliche intelligenz ich sag jetzt auch nein ja aber geht halt nicht wieder weg aber würden wir ja ja glaub könnten wir ja werden wir bei künstlicher intelligenz in zukunft auf das angewiesen sein was in den usa und china entwickelt wird leider ja nein leider ja wird es je die superintelligenz geben also die ki die intelligenter ist als alle menschen sich auch ja und auch sagen ja würde ich nein sagen aber das liegt daran dass man intelligenz verschieden definieren kann sehr gut auch dann war es doch doch unterschiedlichere meinung als ich als ich gibt befürchtet hatte ich dachte schon wir haben große großen konsens über alles wir vertiefen jetzt ein paar von den themen die wir jetzt sehr kurz abgehandelt haben bei lauter krisenfragen noch ein bisschen weil es wir tauchen jetzt in die gesellschaftliche debatte um ki ein die wir eh schon angerissen haben wenn wir jetzt mal wir sind ja gerade hier in deutschland in der phase wo sich eine neue regierung formiert wenn wir jetzt mal überlegen was müssten denn die parlamente das parlament die neue regierung der staat jetzt besonders dringend angehen damit wir sagen die gesellschaft die gesellschaft profitiert von künstlicher intelligenz und die technologie richtet keinen schaden aber vernichtet vielleicht nicht millionen von jobs bringt uns vielleicht nicht in die abhängigkeit von china usa was auch immer also was wäre da jetzt aus eurer sicht zu tun kann ich anfangen ja also ich erinnere mich an den letzten wahlkampf also nicht den jetzigen sondern den davor da gab es ein plakat von der fdp digitalisierung jetzt bedenken später das fand ich grundfalsch ich denke mal bedenken kann man gar nicht früh genug oder vielleicht parallel dazu anstellen wenn ich überlege was digitalisierung meistens heißt und insbesondere bei schulen dann geht es da um tablets die 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 schüler und schülerinnen bekommen ich denke mal das alleine kann es nicht sein sondern man muss also parallel dazu reflektieren was das überhaupt bedeutet und da sollte man möglichst früh ankommen ich bin wissenschaftshistoriker und wissenschaftsphilosoph das heißt das ist eigentlich mein tägliches brot dass man technik und wissenschaft reflektiert was das eigentlich bedeutet historisch und auch heute und ich denke das muss in den schulen und auch natürlich an den universitäten eigentlich viel mehr gemacht werden es ist also heutzutage kaum noch und ich denke mal mit der digitalisierung die ja jetzt angestrebt wird oder jedenfalls verstärkt werden sollte sollte das einhergehen also hier auch bei der bildung nachjustieren andere wünsche an die politik oder bildung wäre ich auf jeden fall auch dabei das sollte man auf jeden fall machen einfach generell im kontext digitalisierung ich glaube es ist schon das bewegt sich alles so schnell dass man auch gar nicht mehr mitkommt dann ich glaube ich würde auch einfach noch mal bei den basics anfangen internet gefühlt also wenn ich ein anderes land war habe ich überall irgendwie 4g in deutschland sitzt den ganzen tag da und habe keins und dann natürlich in richtung künstliche indigenzgleich muss man ein umfeld schaffen in dem das ganze wie beschreibe ich das am besten ja gedeihen kann also was wir in der eu ja machen ist jetzt eine neue ki-regulierung an der wir jetzt gerade ganz fleißig gearbeitet das erste paper dazu gab es ja auch schon und das ist glaube ich so ein bisschen der europäische weg dass man das gefühl erstmal tot reguliert oder sich sehr viel gedanken machten da ist auch meine große sorge dass man irgendwann so viel regulierung hat dass wir start ups gar nicht mehr irgendwie drum rum kommen also es könnte sozusagen passieren dass wir uns da tot regulieren ja also meine sorge ist da dass man halt so viel regulierung hat wenn jetzt 500 seiten regulierung hat so ein google microsoft der hat da seine 50 anwälte die lesen das die sagen okay hier mal ein problem hier vielleicht nicht ich habe start-ups jetzt mich da nicht hin und liest es könnte mehr oder weniger das ende für mich bedeuten also sprich da muss man wirklich den schmalen grad gehen inzwischen wir regulieren das was man wirklich regulieren muss aber ja wir machen auch nicht dass die wirtschaft hier kaputt oder die start-ups dann generell das start-up umfeld guter punkt wäre zum beispiel ja so dass man eine firma auf einen tag gründen kann wird auch viel diskutiert und ja was wir auch also wir stecken wir schon irgendwie viel geld in in ki forschung und förderung aber auch da habe ich immer das gefühl dass das in den falschen schubladen meistens landet ja also wenn wir jetzt so ein forschungsprojekt haben dann machen das halt irgendwie große forschungsunternehmen in deutschland immer weil man sich sicher ist die machen das schon richtig gut ja ich würde jetzt nicht sagen dass die schlecht machen die machen bestimmt tolle sachen so ein frauenhofer institut hat mp3 erfunden und auch macht auch sonst coole dinge aber das dann in business umzuwandeln da sind wir immer ziemlich hinterher finde ich und ich finde diesen prozess mal irgendwie verbessert dass man solche forschungsprojekte auch gezielter start-ups mit rein nimmt und die mehr fördert dass die dann auch aus der idee und aus dem tollen forschungsergebnis wie auch die wir hier produzieren dass dies auch im geschäftsfeld umwandeln und darum müssen wir ziemlich noch arbeiten zusätzlich zu dieser engeren zusammenarbeit zwischen dem unternehmenssektor und dem forschungssektor was glaube ich eine gute idee ist das ein bisschen leichtfüßiger zu machen denke ich auch dass die digitale zivilgesellschaft mit politik und verwaltung stärker zusammenarbeiten könnte und dass das gut gehen würde wir haben jetzt bei corona gesehen wir hätten corona wir wären alle nicht so schnell digitalisiert worden inklusive irgendwelchen echtzeit daten visualisierungen von corona zahlen oder app vorschlägen watchdogs ohne die digitale zivilgesellschaft und die haben dann zum teil schnell internet in alten heime gelegt ja die unterquarantäne war dort in geflüchteten heime und ich glaube auch da ist ein großes potenzial für politik und verwaltung das würde ich sagen sich auch zu öffnen zu öffnen ja tatsächlich diesen dialog ja gerne super grandiose idee oder gerne da müssten wir auch viel mehr machen dass wir auch KI sozusagen in die verwaltung reinbringen ja was braucht jetzt ein start-up das KI macht das braucht halt glaubwürdigkeit und erste kunden und das ist du kannst natürlich viel leichter ein investor überzeugen wenn du sagst okay ich weiß nicht die stadt münchen benutzt unser system ja auf allen ebnen das haben wir uns auch in amerika gesehen palantir ist vielleicht im einen oder anderen begriff ist halt ein riesiger kri-konzern riesiger datenkonzern und die sind auch nur so groß geworden weil hat die den ersten großauftrag ich glaube mit der cia oder dem fbi also mit irgendeiner ich hoffe ihr strebt nicht an das nächste palantir zu werden aber ich meine der ansatz ist halt gut die hatten dadurch hatten sehr großen kunden ist auch besser als jetzt irgendwie eine ich weiß nicht irgendeine gründungsfinanzierung ist schön aber wenn du halt direkten kunden hast mit dem du arbeiten kannst den auftrag da lernst du auch als start-up natürlich mehr und in der verwaltung muss man glaube ich einfach ein bisschen schlanker sein weniger bürokratie haben um sowas dann auch umsetzen zu können und ich glaube das liegt schon so ein bisschen in der luft aber ich glaube daher hakt es dann zum teil noch ein bisschen intern da geht noch was würde ich sagen und daran anschließend könnte man eben auch das sandboxing noch mal vorschlagen also einfach sagen so hey wir wissen das ist ja das problem weil ich stimme dir dazu in kleinen dinge erstmal ausprobiert in kleinen dinge ausprobieren weil ich glaube auch dass manche sachen durchaus problematisch sind und das merkt man aber nicht weil wir halt eben nur begrenzte hirn kapazität haben und dann denken wir ist doch eine super idee das machen wir so und dann haben wir aber leider die und die nachteile vergessen und aber um nicht komplett dann das abzuwürgen zu sagen nee wir regulieren das tot fände ich halt diese idee sinnvoll zu sagen wir probieren das aus das ist ein modell das probieren wir in münchen aus und dann schauen wir mal ob wir das auf berlin übertragen oder nicht das finde ich persönlich eine sinnvolle idee und gleichzeitig meine ich aber noch da bin ich vielleicht ein bisschen anderer meinung als du ich meine dass dieser datenschutz der viel regulierung nach sich zieht in europa genau der usb von europa ist tatsächlich ich glaube dass wir nicht also allein wegen der schieren größe sind wir nicht mit china oder usa auf der augenhöhe ja die sind schon woanders in ihrem in ihrem zyklus in ihren märkten aber da auch stören sich viele leute an dieser kompletten transparenz und gläsernen datensituation und die wollen dann vielleicht nach europa kommen und da vielleicht ihre daten hosten denke ich das ist auf jeden fall eine interessante ein interessanter fahrt wenn wir schon beim thema usa und china sind war ja auch in der in der schnell fragerunde in der frage dazu du warst eher pessimistisch dass du sagst wahrscheinlich wird es ohne kai technologie aus usa und china nicht mehr gehen das klingt dann manchmal so weil sie jetzt auch schon so viel weiter sind ergibt schon diese riesigen kai konzerne als wären wir hierher sozusagen greenhorns die irgendwie jetzt auf den fahrenden zug noch hinterher aufspringen wollen jetzt erforscht du die geschichte der künstlichen intelligenz in deutschland sind wir tatsächlich so ein kai entwicklungsland wie es manchmal erscheint oder gab es vielleicht auch hier gute beiträge zur entwicklung dessen was was heute kai ist ja natürlich gab es in deutschland gute beiträge auch in sowohl in west als auch in ostdeutschland jetzt wir gucken uns jetzt die geschichte von westdeutschland an man muss schon sagen das hat natürlich alles etwas später angefangen als in den usa in usa habe ich eben gesagt 56 ist so ein markierendes datum mit diesem mit dieser summer school und natürlich kam das dann erst verzögert nach deutschland es gab einige wissenschaftler die nach die in die usa gereist sind sich das angeguckt haben man muss aber sagen das liegt ja auch daran dass das fachinformatik zum beispiel in deutschland erst sehr spät sich selbst gebildet hat aus der aus der mathematik und aus der elektrotechnik kamen da leute die haben also das fach informatik auch erst ende der 50er jahre gegründet in münchen zum beispiel an der tu und die waren dann so ist so scheint es mir moment so die waren dann froh dass es dieses fach erst mal gab und jetzt kommen da junge leute und das waren alles junge wissenschaftliche mitarbeiter die sagten wir möchten aber jetzt das machen was da in amerika kai genannt wird und da waren die diese professoren jetzt in der informatik erst mal dagegen es gab natürlich auch ausnahmen aber eigentlich war es so dass junge wissenschaftler ki machen wollten und da schwierigkeiten hatten das zu machen trotzdem das hat sich dann mit der zeit geändert es gibt auch leute die waren erst gegner und haben dann nachher doch preise bekommen für die förderung der ki in deutschland und natürlich kann man da einige beispiele nennen es gibt zum beispiel einen professor nagel der war in hamburg damals professor der hat schon sehr früh bilderkennung von straßenkreuzungen gemacht also hat eigentlich das gemacht was heute mit dem ganzen autonomen fahren und so zusammenhängt hat sich also angeguckt wie sieht das auf so kreuzungen aus was kann man da machen hat also eine ganz bestimmte kreuzung in hamburg immer wieder fotografiert oder es gibt den professor dickmanns hier an der bundeswehr uni in neubiberg der hat das erste selbstfahrende auto damals in dem großen prometheus projekt das ein europäisches projekt war gemacht das ist schon 30 jahre her dann gibt es das hamburg redepartner modell das professor walster steht dafür zum beispiel dass also sehr früh schon sprachverarbeitung gemacht hat es gibt also ganz viele projekte die auch in deutschland relativ früh gemacht wurden und sagen wir mal so diese ganzen aktionen in deutschland sind dann eigentlich in dem kulminiert was wir heute als dfki als deutsches forschungsinstitut für künstliche intelligenz haben was weltweit eines der größten ki institute überhaupt ist also wir sind natürlich nicht spitzenreiter lange nicht gewesen aber in einzelnen fächern gibt es da schon einige peaks die man nicht die man auch berücksichtigen muss und das heißt wenn wir jetzt mal die forschungs- und wissenschaftsseite anschauen sind wir aber auch noch nicht irgendwie völlig abgehängt nein überhaupt nicht ganz im gegenteil also es gibt auch in den letzten jahren immer mal wieder forscher die international großartiges geleistet haben und das wird auch anerkannt ja lukas hast du vielleicht beruhigt dich das oder hast du trotzdem hast du gerne erklären warum ich da so pessimistisch bin ja es ist halt auch ein problem der infrastruktur ki kann man jetzt nicht wie normalen algorithmus einfach nur auf seinem kleinen computer hier in der heim schreiben das funktioniert mit diesen großen sprachmodellen und diesen großen general purpose modellen die wir jetzt haben funktioniert das nicht das heißt was man braucht sind riesige rechenzentren die das ganze halt ausrechnen wie dieses training von den kis durchführen und es kostet enorm viel geld also ganz andere hausnummern das kostet halt millionen so eine kai zu trainieren das kann ich mir als startup ich weit davon entfernen mir das überhaupt leisten zu können so wer macht diese sachen die mein ist eine google tochter die können natürlich auf die kompletten ressourcen von einem google rechenzentren die auf der ganzen welt verteilt sind die unfassbar groß sind können die nutzen amazon microsoft die haben halt alle diese ressourcen weil die hat diese rechenzentren schon mal haben um sowas durchführen zu können und dann haben die natürlich auch google ist halt gefühlt die haben unendliche ressourcen um sowas zu machen da habe ich schon die sorge dass wer will denn in deutschland europa einfach mal 500 millionen in die hand nehmen um eine kai zu trainieren wo man nachher nicht weiß ob da jetzt was rauskommt oder nicht und die haben halt auch schon vor x jahren vor fünf jahren angefangen mit diesen großen modellen die zu trainieren wo wir jetzt gerade halt schon ziemlich hinten dran sind und gerade erst anfangen erste schritte gehen um was vergleichbares aufzusetzen auch jetzt überlegt so cloud provider in deutschland europa dann gibt es ein großes ich meine wir reden alle auch jetzt eine andere debatte ist halt cloud ist jetzt nicht ki aber an wen denkt man da denkt man amazon man denkt an google man denkt vielleicht an microsoft es gibt keinen einzigen großen deutschen cloud anbieter oder europäischen cloud anbieter der mir jetzt einfallen würde und dann in deutschland und europa gehen wir hin dann machen wir gaia x was irgendwie sowas werden soll wie so ein großer cloud anbieter aber dann hat man jetzt gesagt okay es macht doch keinen sinn jetzt einen eigenen cloud anbieter zu machen wir irgendwie gibt es schon so viel wir machen jetzt nur mal sozusagen nicht schicht oben drüber wo wir dann rechenzentren nutzen können aber das kann auch von microsoft und google sein also irgendwie so ein bisschen der falsche weg oder man ist schon in der hinsicht ziemlich abgeschlagen in der richtung das heißt man hat zwar gute ideen aber es fehlt dann schlicht und einfach an den ressourcen und am geld um die auch an die tat umzusetzen ja das schon also beim ki verband haben jetzt haben wir das erkannt würde ich mal sagen und sagen okay wir brauchen auch so eine große europäische ki weil wenn wir nur die modelle aus china und usa haben dann wissen wir gar nicht ob die eben mit unseren europäischen werten das hattest du ja auch angesprochen dass wir uns im datenschutz in diesem sinn unseren usp gesucht und gefunden haben wir sind auch ziemlich wichtig dass man den noch mal herausarbeitet aber um da halt ja was entgegenzuhalten brauchen wir dann auch in europa eben solche großen ki modelle da haben wir jetzt auch die initiative lehrm heißt sie lieben gestartet large european ai models und gesagt haben okay wir brauchen hier in europa so ki modelle die unseren werten entsprechen damit wir nicht in zukunft nur noch die chinesischen und amerikanischen ki modelle nutzen können aber da haben wir gerade erst angefangen da brauchen jetzt auch haben wir erste forschungsprojekte bekommen aber im prinzip bräuchten wir ein komplettes großes rechenzentrum um eben solche kis trainieren zu können das kostet leider sehr viel geld was ich da noch interessant finde ist auch die forschung zu kleinen also zu small data projekten da bin ich gespannt ob da was vorwärts geht habe ich ganz interessante sachen gesehen und die kombination von externem wissen was sie zum teil eben in health projekten nutzen wo man zum also wo es gar nicht um datenschutz ging sondern eben beispielsweise wenn man tumor kennen muss man immer so einen radioaktiven marker gespritzt bekommen das natürlich problematisch deswegen versuchen suchen die jetzt am cern gerade machen die ein projekt wo sie halt gucken ob sie also diese trainingsdaten kombinieren können mit wissen der ärzte ärztinnen damit sie einfach nicht diese millionen von bildern haben müssen und dadurch mit small data dann schon interessante ergebnisse erzielen das finde ich persönlich einen ganz spannenden fahrt quasi ein dritter weg dass wir sagen wir versuchen wir uns auf ki zu fokussieren die nicht die gigantischen rechenzeiten wo man halt nicht so bam weißt du so once ist mir doch scheißegal ja ich habe die ressourcen ich zahle keine steuern ist mir doch alles egal sondern was ja so ist bei den den unternehmen die du genannt hast die zahlen 0,5 prozent steuern oder was man gesellschaftlich vielleicht auch hinterfragen kann und klar und dann ballerst du halt die millionen von von modellen durch ob so wie ob sie man braucht oder nicht was man wieder schlecht fürs klima ist ja ist einfach nicht ist wirklich also es ist die frage will man so gesellschaftlich so viele ressourcen dafür benutzen genau ich würde gerne mal ich habe verstanden was was lukas gemeint hat und ich habe das natürlich aus der geschichte argumentiert aber was ich was mich ein bisschen stört ist dass ki mal so als ein monolith dargestellt wird als wäre das eine entwicklung die die rechts und links alles liegen lässt und eigentlich ist es doch jedenfalls in der wissenschaftsgeschichte immer möglich gewesen dass man also auch von quer einsteigen kann mit neuen ideen und was völlig neues machen kann was in dem mainstream also in diesem monolith bisher gar nicht da war das heißt die chancen bestehen doch nach wie vor dass man als quereinsteiger oder sagen wir mal von nebenan dazu kommt und auch was neues machen kann also in der deutschen geschichte kai geschichte ist es zum beispiel so dass die am anfang fast alle nicht gesagt haben dass sie kai machen also das waren physiker in unseren interviews die die wir zum beispiel heute führen sagen die ich habe nie kai gemacht dabei sind sie mit die kai pioniere oder also mathematiker die also ganz ganz abstrakte sachen denken die nie nie eine kiste angefasst haben also ein rechner meine ich jetzt also es gibt leute die man die von sich selber immer gesagt haben ich habe nie kai gemacht aber sie haben dazu beigetragen psychologen zum beispiel oder ingenieure das heißt es war früher so dass das ein konglomerat war und das ist auch davon legte lebte dass es interdisziplinär war von daher denke ich das ist ein bisschen zu eindimensional gedacht wenn man sagt also da kommen wir nicht mehr dran weil das machen die chinesen und die und die amerikaner also ich glaube es gibt noch genug platz für nicht chinesen und nicht amerika das für mich zunächst mal vielleicht ist ja auch dieser weg dieses machine learning ja im weitesten sinne deep learning wo man sagt wir haben riesige datensätze werfen da unsere algorithmen drauf sich dann da da dann quasi ihre muster erkennen und und dinge lernen und immer mehr fähigkeiten lernen die wir auch alle schon im alltag nutzen aber vielleicht könnte man ja auch sagen ist das irgendwann ausgereizt oder die daten liegen einfach nicht in der qualität vor und dann kommen wir vielleicht zu dem punkt den wir nämlich schon öfter in der geschichte hatten zu einem ki winter dass man sagt okay irgendwie waren jetzt jahrelang der hype riesigen ki wird alles revolutionieren und dann wurden die erwartungen doch nicht ganz erfüllt weil zum beispiel wenn man das thema autonome autos und die erfahrene funktionieren ja auch nur durch ki letzten endes die müssen sich an der welt zurechtfinden anschauen eigentlich müssten wir alle längst seit jahren mit selbst fahrenden autos umher gefahren werden wenn die ersten versprechen und prognosen von firmenchefs insbesondere aus den usa eingetreten werden dazu kam es aber nicht also könnte es sein dass vielleicht die fortschritte jetzt dann irgendwie ausbleiben oder langsamer werden und sich das alles dann ein bisschen legt die ganze aufregung und dann vielleicht irgendwann ein brillanter einfall aus münchen kommt von irgendeinem jungen aufstrebenden ki talent und das ist dann der neue weg wie schätzt ihr das ein ist ein bisschen in die glaskugel schauen es ist schwierig aus der jetzigen perspektive also ich glaube bestimmt die nächsten zehn jahre geht das erstmal noch noch bergauf sage ich mal wer weiß was dann kommt das natürlich dann sehr weit in zukunft überlegt aber ich habe schon angesprochen also bis vor kurzem hatten wir halt immer noch diese engstirnigen kris die halt immer auf einen auf eine aufgabe sehr fokussiert waren ob das jetzt ein hund oder katze erkenntnis oder krebs auf bildern jetzt geht eben der trend dahin dass die halt viele verschiedene aufgaben gleichzeitig lösen können das ist natürlich eine sehr spannende aufgabe ich dann ja wirklich das ist aber auch so ein bisschen die gefahr das monolithen die du angesprochen hast dass man dann wirklich eine ki hat die alles kann ist die frage ob das passieren wird es gibt also es gibt ja nicht wird nicht passieren dass sie alles 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 kann sondern aber halt recht viel und ja wenn es das gibt dann kommt es aber wahrscheinlich auch irgendwann zu einem stillstand natürlich aber das jetzt irgendjemand mal einen genialen einfall hat wie man was besser und anders machen kann das natürlich nicht ausgeschlossen es gibt natürlich auch eine menge randbedingungen die man berücksichtigen muss und wir haben schon gesagt dass das wahnsinnig viel energie kostet das wird auch immer noch mehr und irgendwann wird man sagen müssen wir können uns das einfach nicht leisten das zu machen also es könnte sein dass man einfach beschließen muss dass man das alles nicht mehr macht genauso wie man vielleicht irgendwann nicht mehr nur wenn man das geld dazu hat irgendwelche leute in den weltraum schickt nur weil damit die mal zehn ich weiß gar nicht wie viele minuten da oben waren nur weil man das machen kann das wird vielleicht irgendwann einfach nicht mehr machbar sein wenn man überleben will also diese randbedingungen kann man ja auch nicht ganz weglassen die randbedingungen sind auch sehr spannend weil ich meine warum gab es denn so ki winter weil man eben an diese grenzen gestoßen ist die man halt machen konnte und jetzt der neueste ki frühling sag ich mal ist halt weil es neue randbedingungen gab die es erst ermöglicht haben internet mehr daten cloud computing mehr rechenressourcen und so weiter ist die frage gibt es in zukunft eine neue randbedingung die das noch krasser macht quantencomputer genau das soll ich das sagen ja also wenn wenn halt wirklich dieser quantencomputer durchbruch kommt dann wird es halt ganz andere oder was ganz anderes aber das könnte halt wieder so ein zündstoff sein dass das ganze noch mal halt mehr befeuert aber das weiß man jetzt auch noch nicht wobei ich muss wirklich sagen ich weiß es ist ein bisschen lame und es haben wahrscheinlich auch schon alle gedacht aber ich muss es aber mal sagen ich finde diese idee eine intelligenz zu gebären ja die so ist wie wir es ist so ein bisschen ich frage mich halt manchmal das machen ja sehr viele männer ja und frauen können schon ganz lange intelligenz gebären und machen das jeden tag ja und man fragt sich halt schon woher kommt dieser wahnsinnige wunsch ein ein wesen ein intelligentes wesen zu gebären was alles kann so haben wir ja eigentlich schon ja also ich bin ich bin tatsächlich freundin von so einer pragmatischen ke die sagt hey wir unterstützen euch bei ihrem problem weil ihr habt welche ihr habt viele ja und ich hoffe auch dass wir das mit dem klima irgendwie in den griff kriegen auch für meine kinder und für alle anderen leute auf der welt ja und da denke ich wenn es wenn es irgendwie geht soll uns keine dabei helfen ja und wir müssen schlau regulieren das glaube ich auch weil und lang mit langfristigen blick also da haben wir einiges vor sehr gut manches von euren gedanken könnt ihr jetzt gleich in der nächsten schnell fragerunde unterbringen wenn es wieder diesmal müsst ihr sätze vervollständigen ich liefere euch den anfang und ihr vervollständigen diesmal fangen wir bei dir an am meisten an künstlicher intelligenz fasziniert mich dass es geht dass es so schnell ist wie wenig es noch kann damit mein leben einfacher wird wünsche ich mir von künstlicher intelligenz nichts und schluss glücklich kommt auch ohne smartphone aus ich wünsche mir eine zusammenführung von diesen ganzen interessen damit wir wirklich uns dieser klimakrise annehmen ja also aktuell wünsche ich mir dass sie mir jemand einstellt aber einen richtigen menschen wieder keiner sagt den ultimativen haushaltsroboter der alles im haushalt machen kann wenn ich bundeskanzlerin oder bundeskanzler wäre würde ich in bezug auf künstliche intelligenz den kleineren unternehmen mehr möglichkeiten geben ein herz für dich was wir vorhin schon hatten genau diese diese verbindungen schaffen zwischen digitaler zivilgesellschaft kleinen unternehmen verwaltung politik kommunikation verbessern und sendboxes also ausprobieren ja kann ich den zwei ja nur zu stimmen würdest du die beiden zum bundeskanzler in dem sinne halt auch würde ich ja künstliche intelligenz der verwaltung einfach einführen sehr gut also wir stellen fest es stellen sich auch sehr viele gar nicht technische sondern sehr menschliche fragen rund um ki das problem ist das ganze ist wahnsinnig trotz allem wahnsinnig kompliziert wir haben bestimmt jetzt auch mit manchen wörtern um uns geschmissen die nicht alle da draußen kannten und konnten uns hoffentlich trotzdem folgen um es nicht so kompliziert zu machen hast du ja dein comic geschaffen kai wir müssen reden damit leute die sich nicht in die hochtechnischen details eingraben müssen auch auch was genau auch mit katzen kai verstehen können und dann mitreden können wir sind ja hier beim high a festival für forschung und kunst jetzt reden wir mal darüber wie wie so eine künstlerin dabei eigentlich vorgeht wie was hast du dir dabei gedacht und wie muss man sich einen entstehungsprozess von so einem comic vorstellen also ich war eben in dieser data science firma hatte viel mit leuten zu tun denen ich künstliche intelligenz also algorithmen algorithmische problemen weiß ich nicht beschäftigung also näher gebracht habe aber leute die nicht vom fach waren und die hatten oft ängste sorgen die ich nicht hatte eben zum beispiel diese unterjochung die versklavung und andere probleme zum beispiel waren die als ja da also waren die viel datengläubiger und algorithmen gläubiger als wir vom fach ja die haben gedacht alles klar weiß ich nicht ich bin der große verlag und ihr könnt mir jetzt sagen welche leute meine texte lesen und was die mögen und wie ich diese texte schreibe dass noch mehr klicks und ich noch mehr werbung verkaufen kann ja und das konntest du nicht never far away weil sie einfach alles mit der hand eingegeben haben und die daten einfach nicht da waren vielleicht wollte man es auch gar nicht rausfinden na ja genau es gab themen die an mich herangetragen sind auch auf partys wo ich dachte nee leute das ist eigentlich nicht mein konzern und und andersrum und so habe ich gedacht okay bringe ich meine beiden lieben zusammen comics und ich mag daten und algorithmen tatsächlich sehr gern und macht dann comic dazu und ich habe da selber dann so gescribbelt also auch so ähnlich wie auf 1c9 die corona scribbles das ist nicht besonders künstlerisch aber vielleicht innovativ originell genau skizzen und lena sial hat als künstlerin dann ihre eigene vorstellungskraft da noch mal drauf losgelassen hat sich selber in diesem erschaffungsprozess ki auch noch mal näher gebracht hat noch mal sehr viel recherchiert und hat sich dadurch auch noch mal ki selber beigebracht ohne es vorher wirklich zu kennen und ich finde es ist ein sehr sehr rundes rundes buch geworden was wirklich diese beiden seiten ganz gut also diese künstlerische und diese sachliche ebene ganz gut zusammenbringen und ich hoffe also wie gesagt es ist kostenlos gratis zum download und einer offenen lizenz weil wir wirklich so viele leute wie möglich damit erreichen wollen es gibt es in fünf sprachen inzwischen als offenen online kurs mehr als 50.000 leute haben es runtergeladen und es dürfen gerne auch noch mehr werden also dafür ist es gemacht genau das sind also ein aspekt was so kunst oder popkultur können ist dass man einfach leuten den zugang verschafft die sonst keinen haben bei kaises und aber auch so dass tatsächlich viele künstlerinnen künstler ja auch tatsächlich mit algorithmen arbeiten damit kunstwerke erschaffen uns dann wieder vor neue fragen werfen jetzt wie wie was haltet denn ihr von dieser kombination aus wissenschaft technik kunst wie wichtig ist es ist es eine nette spielerei oder würdet ihr sagen das ist ein wichtiger beitrag zu unserer debatte ich denke ich denke dass es neue möglichkeiten auch in der kunst erschaffen wird weil es hat man auch früher gedacht dass also ki ist vielleicht zu viel gesagt dass sie kreativ wird aber es schafft dinge an die vielleicht auch ein mensch gar nicht denkt und das ist mit das ganz gerne kurz erklären wie das funktioniert also zum beispiel in der kunst zum bilder geht gibt sie so genannten generative adversarial networks und die funktionieren so da man hat sozusagen zwei gegenspieler und das ist eigentlich ziemlich genial die eine ki ist auch ein machine learning algorithm die erzeugt ein bild aus eigentlich nur aus zahlen erzeugt die ein bild einfach irgendwie random und die zweite ki kriegt immer ein bild entweder von der ersten ki oder halt ein echtes bild und muss da lernt dann zu unterscheiden ob es ein echtes bild ist oder gefaktes bild sozusagen und dadurch wird die eine kann immer besser unterscheiden und die andere wird immer besser im bilder erzeugen und damit werden aber auch ganz neue bilder und sachen erschaffen die man sich als mensch vielleicht gar nicht vorstellen kann also man sitzt irgendwie bosch und malt irgendwie komische bilder aber es ist so eine neue eine neue art vielleicht auch kreativ zu werden ich denke damit kann man sehr viel spielen also wir haben wir hatten auch mal so ein projekt gemacht wo wir eben kunstwerke durch ki erzeugt haben das war halt ganz lustig was zu sehen auch was da rauskommt weil wir hatten auch dann so eine art die konnte bilder sozusagen kombinieren und so eine zwischenstufe zwischen bildern machen und da hatten wir auf der einen satte irgendwie guacamole auf der anderen hund und in der mitte war es dann eben so ein komisches mischwesen aus guacamole und hund aber es hat irgendwie ja vielleicht einfach eine neue art kreativ zu sein und das könnte so ein bisschen vielleicht daran wieder anknüpfen was du vorher gesagt hast rudy dass es den mensch die menschliche intelligenz verstärkt oder in dem sinne den menschlichen kreativ prozess verstärkt oder auch mal eine andere richtung lenkt deswegen finde ich die kombination ziemlich spannend ja was man davon halten oder was ich davon halten soll weiß ich noch nicht aber mir fallen zwei sachen ein einmal gab es vor ein paar jahren dieses dieses bild das in der art von van gogh von einem computerprogramm gemalt wurde das ich ein bisschen seltsam fand weil das gesicht des menschen der darauf abgebildet war gar nicht zu sehen war also es war was neues irgendwie aber es hat mir nicht gefallen und was ich noch nicht gehört habe ist die offenbar jetzt durch ein computerprogramm vollendete zehnte sinfonie von beethoven hatte jemand von euch gehört also ich nicht kurz reingehört aber ich bin jetzt auch kein absoluter beethoven fachmann das heißt ich kann jetzt nicht sagen ob es realistisch oder nicht klang also ja meine solange ich nicht weiß ob das ein computer oder mensch gemacht hat kann mir das gefallen oder nicht ich habe den eindruck wenn ich es weiß dann lehne ich es ab aber ich meine mehr kann ich dazu im moment auch nicht sagen also am besten sagt man es mir nicht jetzt sind wir schon fast zu eine mit unserer zeit deswegen noch eine ganz ganz kurze schlussrunde die eigentlich keine schnell fragerunde ist aber sie wird jetzt zu einer habt ihr noch einen tipp für irgendein kulturelles werk es kann ein film sein es kann ein bild sein dass man sich anschauen soll kann ein podcast sein was auch immer was die leute was den leuten da draußen hilft sich mit kai zu beschäftigen vielleicht darüber noch mal nachzudenken neue gedanken bringt hat da jeder vielleicht euch einen kurzen tipp ich habe ich möchte gerne eine interaktive dokumentation vorstellen von einem künstler aus niederlande ich glaube man spricht den thai manchepp aus und er hat etwas ganz wunderbares gemacht das heißt how normal mi.eu und da wird dein gesicht von algorithmen gescannt und nach schönheit alter geschlecht emotionen body mass index und lebenserwartung bewertet also jeder kann sich das angucken und kann dann sehen okay was sagen die algorithmen bin ich ein mann oder eine frau wie alt bin ich wie dick bin ich wie lang lebe ich noch ja und das ist also der künstler möchte ganz klar das kritisch reflektieren aber es wird eben bei tinder und zum teil aber auch ein krankenversicherungssystem in einigen ländern schon heute genutzt und es zeigt auch eine dystopische seite die ich durchaus problematisch mit eine ethisch problematische seite und deswegen möchte ich alle einladen sich dieses spielerische diesen spielerischen zugang mal anzugucken how normal mi.eu kostenlos das letzte was ich in der richtung gelesen habe war von tom hillenbrand hologrammatiker ist jetzt eigentlich auch ganz interessant findet nachdem sich jetzt facebook vor kurzem meter um benannt hat und so dieses meter verschaffen weil in dem buch existiert dass da gibt es sozusagen die ganze welt ist von holo netz umgeben und man kann sich einfach wie auf instagram filter übers gesicht legen und sieht dann anders aus sieht schöner aus weil das holo netz sozusagen das auf einem projiziert in dem buch geht es dann auch tatsächlich um eine künstliche intelligenz die man eigentlich versucht hat zu auf einer insel festzuhalten ist natürlich dann science fiction die sich aber wohl so wird vermutet irgendwie selbstständig gemacht und jetzt wieder dass sich selbst reaktiviert hat genau mehr möchte aber ist ganz interessant sich mit dieser zukunftsvision oder dystopie dann auch zu beschäftigen wie es denn wäre wenn man ja sich einfach über den algorithmus anders aussehen lassen machen kann und wenn man festgestellt dass man nicht normal ist ja ich habe auch noch einen roman und zwar von raffaela edelbauer dave heißt der roman den habe ich gelesen und dann sollte es eine veranstaltung geben in der kölner stadtbibliothek eine lesung von ihr und mir und leider ist sie krank geworden und dann hat die veranstaltung nicht stattfinden können aber der roman ist lesenswert und ich hoffe dass die veranstaltung nochmal nachgeholt wird habe ich auch gelesen kann ich auch sehr empfehlen damit sind wir schon am ende vielen dank julia schneider rudolf seising lukas breiter für das großartige gespräch und die insights mir hat es sehr viel spaß gemacht wir von euch da draußen zu spät eingeschaltet hat man kann das ding natürlich nachschauen aber ihr könnt auch bald nachhören denn es wird auch eine podcast reihe vom deutschen museum geben zu dieser veranstaltungsreihe die nächste veranstaltung die findet am 15 11 start gleiche uhrzeit wieder hier aus dem streaming-dome und das thema sind quantencomputer ungeahnte rechenkraft mit qubits da wird es auch darum gehen was quantencomputer in verbindung mit künstlicher intelligenz vielleicht möglich machen schaltet gerne wieder ein bis dahin euch einen schönen abend und vielen dank fürs zuschauen ciao und vielen Dank für's Zuschauen Untertitelung des ZDF, 2020